Guten Tag, ihr Lustigen! Hier wird gelacht doch nicht die Balken biegen! Und es geht weiter damit bei der neuen Episode von Shadows of the Damned. So, let's go. Wir müssen hier weiter Sachen verschieben. Oh, jetzt muss ich mal gucken, welches wird denn davon verschoben? Okay, dieser Tetris-Block. Ich glaube, vielleicht macht es dann eher vielleicht Sinn, den Rechten erstmal zu nehmen. Ah, okay, verstehe. Let me think. Ich sehe das Tor nicht. Ah, hier ist es. Okay. Gibt das überhaupt? Das stimmt schon mal. Oh, da kommt wer. Wie bitte? Ich habe ihn noch getroffen. Was? Geht doch. Wie geht es so langsam die Munition aus? Muss ich aber zugeben. So, lights me too. Ich glaube, ich müsste mir demnächst auch mal Munition kaufen. Sonst wird es ziemlich schlecht für mich ausgehen. Das sieht richtig aus. Yeah. Da geht auch die Tür schon automatisch auf. Fantastisch. Jetzt komme ich da eigentlich auf die Seite. Okay. Oh, nöööööö. Was denn jetzt noch? Was denn jetzt noch? Ja, aber ich muss erstmal eh nie loswerden. Aber wobei, es macht gar keinen Sinn. Okay. Wo ist der hin? Okay. Ich wollte hier lang. Was ist denn hier noch? Ah, hier kann ich Dinge kaufen. Alkohol. Aber ich glaube, aktuell brauche ich Munition eher statt Heilung. Deswegen verzichte ich vorerst mal darauf. Okay. Zurück kommen wir nicht mehr. Alter, das ist das komplette Segment oder was? Au. Na. Schnell. Tschüss. Okay. So. Ich nehme das erstmal so, damit ich den roten Jam kriege. Und dann drehen wir es gleich richtig rum. Bei. Wenn ich das so betrachte. Hier runter. Das dürfte doch passen, oder nicht? Ich will mir den auch gerade mal. Wo passt das denn am besten jetzt rein? Was brauche ich denn noch? Kapazität ist halt so, vor allem da ich gerade eh wenig Munition habe. Gehe ich mal hier auf Kapazität. Hm, this looks not correct. Kann zwar hier rüber gehen, aber es bringt mir nichts. Das heißt, ich muss den kompletten Block nochmal drehen. In die exakte Position. Okay, dann wollen wir mal. Also. Eigentlich. Oh, shit. Oh. 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 So passt es aber nicht. Moment. Ah! Ok! Ich glaube ich hab's Könnte das so passen? Hä, wo war denn der Kopf? Ach so Okay, erstmal Okay, jetzt können wir Ja okay, das heißt der Bereich ist mit dem anderen verbunden dann So aussieht I see Damit komm ich rüber Okay, was jetzt? Genau, jetzt muss ich den nämlich jetzt nochmal drehen Damit ich wieder runterkomme Und dann dürfte ich das haben Mal sehen, ob das so hinhaut, wie ich mir das vorstelle Mal gucken von hier oben Ob das so'n Weg hier passt Komm ich hier so rüber Und da hinten, ja Da ist die Tür Damit dürfte ich es eigentlich geschafft haben, oder? Oh Na nie Okay, jetzt können wir hier nochmal ein bisschen was kaufen Well Well This is as far as I go, friends If y'all want to conduct business Now's the time Und die Zone ist halt erstmal wichtig Und deswegen hab ich mir ein bisschen hiervon gekauft Und die Zone ist halt erstmal wichtig Und deswegen hab ich mir ein bisschen hiervon gekauft Nexzität Mal rein Gut, somit haben wir alle Waffen Mal nachgeladen Somit diesen Abschnitt geschafft Mal nachgeladen 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 Okay, what the fuck. Müssen wir da wirklich hochklettern? Bitte nicht. Habt schon gesehen, weil da oben war so eine Tür ja halt, außer wie eine Aufzugstür. Das dürfte dann vielleicht der Express sein, der uns nach oben zum Stockwerk führt. Ich glaube, da sollte ich nicht reinlaufen. Vielleicht nicht so gut. Geht, diese Lava macht mir nichts. Auch das noch. Hä, ich häng' fest. War wohl die einfachste Methode. Kommt mir am besten nicht zu nahe. Das war nicht so gut. Okay, das wäre geschafft. Und die Zungen gibt es auch noch. Reichlich. Guck mal, wer der ist. Gefordert uns heraus. Ach das wieder. Ja. Oh, boi. Gehen wir jetzt los. 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 Obrigiert los. Gehen wir jetzt los. Ihr müsst stehen bleiben bis das Ding explodiert ist. Jawoll. Ich hab's noch einen preis wenn ich den noch vernichte, aber ich muss ihn ja nicht unbedingt töten. Jaja, das werden wir ja sehen. Wohin? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hier hängen überall irgendwelche Motoren rum. Oder Generatoren. Hm. Okay, na dann, weiter hoch. Ja, look at this. Ein weiterer Red Jam. Kapazität noch ein bisschen hier rein. Immer bald die Kapazität voll der einzelnen Waffen. Nur noch die Nachladegeschwindigkeit. Die Nachladegeschwindigkeit der Pistole ist ja schon gut. Guck mal wer da ist. Die laben sich schon. Wollen wir schon sehen, was mich erwartet. Oh, nicht der schon wieder. Really? Ich war nur noch auf so engem Raum. Ja. 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 Jaaa. Ja. Ja. 14 Schloss voll Stress. So stressig fand ich es bisher gar nicht. Aber wer weiß, vielleicht kommt das jetzt. Hier ist der hier, Erdbeere. Ein gut gedeckter Tisch. Mit lauter Sachen zum Essen. Hier gibt es mehrere Eingänge. Ich muss irgendeinen nehmen. Ich weiß halt nicht welchen. Ey, was haben wir hier? Brauchen wir da leicht ein Liefernde Decke hängen. Regner. Okay, hier gibt es wieder mehrere Durchgänge. Boah, was weiß denn ich? Es sind immer nur so Zwischendurchgänge, aber irgendwie. Okay, glaube ich, glaube ich gerade zurück. Ne. Das ist so bewirrend. Okay, ich bin rechts gegangen. Ich gehe mal wieder rechts. Ich bin links gegangen, ich gehe mal rechts. Ach komm schon. Hey. Wart mal. Wir kamen hier durch. So. Die Gegner erledigt. Und hier teilt sich der Weg auf. Jetzt gehe ich mal gerade aus und gucken, was dann passiert. Boah, ich muss mal kurz vom Auge kratzen. Ah, das sieht richtig aus. Da ist nämlich die Erdbeere. Na, 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 nicht so frech. Das wäre geschafft. Boah. Hä? Ach, das sind wir. Warum? Nani? Was ist da los? Okay. Jetzt müssen wir einmal wieder zurück. Oh, es hat geklappt. Warten wir mal mit dem Auge los. Das juckt, wie blöd. Aber hier wird schon mal gespeichert. Das ist nicht sehr gut. Dann weiter hier durch. What the heck? Kann ich hier noch ein bisschen stehen bleiben, bis der aufzukommt und mir die Munition schnappen? Das geht ja. Äh, rein da. Oh, so be it. Das letzte Kapitel. Also, die Abschnitte waren echt kurz, oder? Was kommt? I don't fucking know. Wieder war es da nach Haus. Be right with you, Hotspur. I've still got some fry to go with these thighs. Take your time, Flemming. Please, enjoy your supper. After all, it is going to be your last. Ha, ha, ha. You really think you've won? I like that. And I see you've decided to join our revels after all. Care for a bite of my last supper? It's low in trans fat. What are you having? Oh, I'm sorry. How stupid of me. Who are you having? Why, it's your precious Paula, of course. The skin is so soft and tender. Try some. Wait, Garcia, don't shoot. I love you, Garcia. Paula? Oh, God. What have I done? Oh, no. You killed her again. How could you? Fuck you. You are dogs. You see, only the prettiest women look radiant in red. This woman belongs in the Lord of Demons' Bed. She will not be returning to you. Paula, you hold on for me, baby. I'm getting you out. Garcia. This meal is over. Look out, G. Oh, boy. Okay, let's go. Kann ich ihm den Schaden zufügen. Kann ich ihm den Schaden zufügen? Kann ich mir draufballern? Ich darf nicht schießen. Wahrscheinlich, wenn er sie... zeigt. Aber... Das hat weh, du Sack. Heiß. Hat er sich jetzt aufgeteilt? Oh Gott, nein. Was jetzt? Hä? Jetzt verstehe ich es grad nicht. Ich muss ihn treffen. Den roten hier. Ich darf nicht in das Triangle of Death. Ah, okay. Wenn er sich aufteilt, kann ich ihn quasi töten. Wow, okay. Okay, jetzt habe ich wieder die Chance ihn zu treffen. Ich versuch's mal mit dem, äh, Dentist. Müsste ich ihn eigentlich automatisch angesehen, ja. Okay, anscheinend habe ich jetzt einen Teil seines Körpers zerstört. Hat ihm wohl nicht geschmeckt. Ah, die Musik im letzten Bossfight hier ist echt geil. Okay. Manchmal bleibt er irgendwie perplex zu stehen. Das ist ein, in einem Bug. Oh Gott, was jetzt? Ja genau, der schwebt noch. Oh Gott. Alter, wie hart zu treffen ist der der Mitte? Jawoll. Okay, ist das wieder soweit? Was? Wie ist das denn passiert? Hä? Come on. Was ist denn Bossfight, Alter? Muss man auf so viele Sachen gleichzeitig achten. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Äh. Hä? Das klappt nicht. Was zum Henker? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Natürlich. Hä, ich schieße ihn an, damit er sich teilt und es klappt nicht. Was? Geht doch, Alter. What? Wahrscheinlich ist es jedes Mal ein anderes Körperteil. Ja, diesmal ist es der untere Teil des Körpers. Okay. Ja, komm, wir sehen an. Okay, das heißt, das ist jetzt die dritte Runde. Oh, das noch wieder. Die muss ausweichen. Das macht es Sinn, wenn, ja, wenn er kurz davor ist, zu stoppen. Jawohl. What? Okay. Ich werde nachladen. Ändert sich der Eingang oder was? Okay, Alter, wie schwer ist diese Phase denn bitte? Okay. Okay. Ich kann auf das Ding gar nicht schießen, weil er mich die ganze Zeit mit irgendeinem Scheiß zuballert. Okay, das wieder. Jawoll, ja. Okay. Der macht aufladen. Come on. What? Okay, das ist neu. Alter, der Bosskampf ist ja super, super, super komplex. Das ist nicht der schwerste Bosskampf aller Zeiten. So, was mach ich denn? Aber er ist schon echt nicht ohne. Ich meine, es ist der letzte Bosskampf, es ist der schwerste im Spiel, ja. Und ich bin fast tot. Ich kriegste nicht nochmal. Warum zündet der Schuss nicht? Hey. Was ist das? Ja, aufladen. Ich will es damit. Hey, wo schießt der hin? Nein, 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 nein. Jetzt aber, come on. Alter, endlich. Boah. Nervig, echt nervig der Bosskampf, wirklich. Holy fuck. Okay. Come on, haben wir es jetzt geschafft? Was passiert gerade? Was muss ich machen? Was? Muss ich da rein? Hä? Was, 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 was? Ach so. Das war nun mal so ein letztes. Er explodiert. Das ist es. Fertig. Abschluss. Das war Sheriff of the Damned. Das war Sheriff of the Damned. Ein sehr geiles Spiel von Suda51. Oh no, es ist nicht zu Ende. Paula, why? Oh no, die haben mich getrickt. Die haben mich getrickt. Damn. Ich wollte noch gerade ein paar letzte Worte sagen. Das letzte Kapitel. Erfolg freigeschaltet. Es geht doch weiter. Bei einem Kampf gegen Paula vor uns, oder was? No way. No way. Es geht weiter. Was? Der hat uns verarscht. Sie sind halt ein Engel. Sie sind halt ein Engel. Warum hast du mich nicht konsoliert? Warum hast du mich jeden Tag sterben? Sag mir, warum? Wenn du mich wirklich liefst, warum hast du mit mir sterben? Warum hast du mich allein allein zu sterben? Hast du mich nicht lief? Warum sind die Dämonen hinter mir? Ist das wegen dir? Warum muss ich zuerst wegen dir? Was für mich? Wo ist meine Freiheit? Ola, forgive mich. Never. Ach, come on. We need to create an exit. Überleert wäre. Überleert wäre. What? Hä? Okay. Ich hätte nicht nochmal mit einem Bosskampf gerechnet. Ich habe gedacht, hier, it's all good. Die wollen halt alle eine Erdbeere und ich habe nur ein Auge. Wenn sie zum Dämonen wird, muss ich auf sie ballern. Was? 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 No way. Oh, ich muss kurz sein. How do I win this battle? What's the big bonob in meinem Po? Was? I'm dead in here. Oh yeah Der Dentist ist halt für solche Sachen besser geeignet halt wegen Auto eben Ich glaube ich muss sie besiegen und dann komme ich erst hier raus weil Aber er wollte sie doch retten oder müssen wir am Ende gegen sie kämpfen What the fuck Hey Es ist überall Erdbeere Hä? Was passiert jetzt? Oh, das schiebt die ganze Zeit rum Ah, da ist hier nicht die Tür We're gonna get left behind Äh, lauf doch Er ist komplett unwichtig Sie ist wichtig Come on Nerv jetzt nicht Ich hab ihn zurück in die Dunkelheit geschleudert Das war vielleicht nicht die beste Idee Kommt halt immer näher Was zum Was ist hier los? Scheiße Ja, ja Er kommt halt immer, er kommt halt immer wieder aus der Dunkelheit zurück und dann ist er einfach ein nerviger Bastard. So. Fuck you. Na also. Sonst gibt er immer wieder neue. Dann springen die in die Dunkelheit und ich kann nichts tun. Das ist schrinkend. Hurry! Da heim ich doch schon. Hat eh nur noch einen Flügel. Da ist dann gleich der Sieg. Alter, die Kamera dreht manchmal komplett durch. Ich kann nichts dafür. Sorry. So. Dann die Märize. Ich bin so. Suizid aus Liebe. Hi, hei. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. Sind wir jetzt mit ihr hinab in die Hölle gestiegen, bleiben hier oder was? X drücken. Ich streng jetzt noch mal ein, bevor ich mit dir rede. Es ist vorbei, Hunde. Oh, Garcia. Ich will nicht. Die Schmerzen kommt. Ich muss jetzt, ich muss jetzt drauf gehen. Ich kann gar nix machen. Ich kann nur noch die Kamera hin und her schwinken und zusehen, wie ich drauf geh. Wir sind vorbei. Das ist der letzte Schritt. Aber Volk hieß ja, Suizid aus Liebe. Also, Garcia möchte sterben. Gut, dann hat sich das auch wahrscheinlich mit dem zweiten Teil erledigt, oder? Man könnte irgendwie jemand anders als Charakter nehmen oder so. Aber irgendwie ein sehr geiles Ende, muss ich sagen. So, dass man mit ihr bleiben muss, bis die Dunkelheit einen verschlingt und man drauf geht. Oder hätte ich irgendwas tun können? Weiß nicht. Ich hab alles gedrückt, ich konnte nix tun. Okay, vielleicht kann ich mich von dem Begriff lösen, oder irgendwas. Hey, Schmerz. Garcia. Es ist dich. Wir sind zusammen. Endlich. Ich liebe dich, Angel. Ich liebe dich, Angel. Du hörst dich? Hm? About this weekend. Oh, ja. México. Magnifico. Great. Let's fly to Cancun, then. Spend some quality time together on the beach. Do a little intelligence gathering of our own and see if we want to settle down there. Sound good? I cannot wait to eat real Mexican food. Although, the Cucineros will never be able to top this Caprese. Glad you like it. The tomatoes are organic and the mozzarella is made from buffalo milk. You even made hamburgers. Well, the hamburgers come from a special recipe. Really? Let's see if I can guess. I'll get it. Go ahead and pick out the hotel. Will do. Hello? 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 You can tell so much about a man from what he puts between his buns. Some people play it straight with beef hamburgers. Others, I believe, go for pulled pork. And let's not forget that wonderful chicken breast. What kind of man are you, Hotspur? Who is this? In case you're wondering, my answer would unfortunately have to be none of the above. After all, I am so much more than any man. I only throw human patties on my grill. Just like I only throw human honeys on my bed. Hotspur! 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 We're taking too long. We're still eating. Back to your seat. Oops. Shit. Paula, let's book that hotel fast, huh? Before they get here. Yes, let's. Uh-oh. It's raining. You have no idea. They're coming, G. Too late to book that hotel, huh? No! No! Garcia! No! Here we go again. My name is Garcia Hotspur, hunter of demons. Fate has led me to fall in love with the Lord of the Underworld's mistress. His horde of minions will never stop coming to claim her. But I have sworn to strike them down, each and every one, until she is mine alone. I will take on the whole world if I must slay every creature in my path. Because I still see love in her eyes. And because I love killing fucking demons. Ready, G. Always. Sorry, Paula. Meiko will have to wait. Okay. Was ist das für ein abgefucktes Ende? Was zum Henker? Also sie war die Geliebte des Dämonenkönigs. Von der hatten wir auch schon mal gehört, ne? Wir hatten ja die Story gelesen, dass es eine gab, die sich ihm entgegengestellt hat. Und weil sie so gut kämpfen konnte, ähm, ja, hat er sie quasi zu eigen gemacht. Aber ich dachte so gerade, okay, wir mussten uns opfern. Beziehungsweise bei Paula zu bleiben. Crazy Paula. Und dann sind wir wieder in der Wohnung. Hä? Hat das jetzt doch irgendwie rausgeschafft? Keine Ahnung. Aber wie es aussieht, sind sie wahrscheinlich immer noch in dem Umbereich. Keine Ahnung. Aber wie es aussieht, ist er ja irgendwie nicht tot. I don't know. Weirdes Ende. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es ein alternatives Ende gibt. Aber ich muss trotzdem sagen, dieser Trip, aber mit der geilen Musikuntermalung von Akira Yumaoka, hammergeil. Unter den damaligen Gesichtspunkten auf jeden Fall für mich persönlich eine gute 9 von 10. Weil ich muss sagen, Soundtrack ist killer. Gameplay macht unglaublich viel Spaß. Allgemein, die Inszenierung ist supergeil. VoiceCast ist auch sehr gut gelungen. Was mir halt nicht so gefällt, ist halt so, würde ich jetzt halt weniger geben, ist halt so ein bisschen, ja, Paula an sich als Charakter, weiß ich nicht. Ist mir eigentlich so ziemlich egal. Sie ist halt sein Motivationsfaktor, aber ich denke mir dann halt auch andererseits so. Ich weiß halt zu wenig über sie. Ich weiß zu wenig über diese Liebesbeziehungen zwischen ihr und das hier. Also, keine Ahnung. Vielleicht geht es auch nur mehr so. Ja, und es ist halt ein Produkt seiner Zeit. Die Rätsel sind halt auch so, ja, jetzt nicht unbedingt aussagekräftig. Auch so, dass es leider echt immer so ein bisschen nach dem gleichen Schema abläuft. Das heißt, du hast eine verschlossene Tür. Es gibt drei Items, die du dafür nutzen kannst. So drei. Und dann öffnet sich die Tür und dann geht es halt weiter. Aber dieses Thema mit Dunkelheit, dass es dann zum Beispiel die Energie abzieht und dass du dann halt auch Kämpfe daran hast, beziehungsweise gewisse Türen da öffnen musst, halb den Natrenalinfaktor noch mal ein bisschen nach oben, weil du weißt, okay, wenn ich jetzt hier zu lange bin, nipple ich ab. Man kann sich zwar mit ein bisschen Alkohol wieder hochheilen, aber wenn ihr halt keinen hast, dann fährt blöd aus, aber so an sich. Wie gesagt, hat der Kampf echt Spaß gemacht, äh, der Kampf hat das Spiel echt Spaß gemacht und die Kämpfe, auch die Bosskämpfe. Also jeder einzelne sehr geil und clever gemacht. Der letzte Kampf gegen Fleming war der schwerste, aber ist ja auch vollkommen legitim. Aber auch dieses, ähm, Schmappmäßige, dass du halt, beziehungsweise, dass du halt fliegst und schießt auf Gegner in einem komplett anderen Artstyle, dass wir ja selbst einen Bosskampf in dem Style hatten, hat mir sehr gut gefallen. Also, visuelle Abwechslung gab's schon. Auch was die Level angeht, waren sie visuell schon sehr abwechslungsreich. Von einem kleineren Dörfchen, der Turm, dann mit dem Big Boner des Levels, mit überall diesen Neonschildern. Also, man muss sagen, was das Level-Design angeht und die Abwechslung ist schon sehr geil. Gegnertypen gab's auch ein paar unterschiedliche, die haben mir auch sehr gut gefallen, wobei ich sagen muss, die meisten sahen halt sich irgendwo ein bisschen ähnlich. Ein paar hatten mir Rüstung an, da gab's halt diese fetten mit diesen Dingern auf dem Rücken, mit dem Elektro, ähm, die ihren Kneifzangen, die sie da hatten, ja. Aber wie gesagt, alles in allem muss ich sagen, das Spiel ist definitiv gut. Also, wer auf Action-geladene Third-Person-Shooter mit einer richtig krassen Prise humor steht, dem kann ich das Spiel echt nur empfehlen. Und wenn's wirklich ein Remaster geben soll, vielleicht auch noch dieses Jahr, dann, äh, bin ich auf jeden Fall am Start, ähm, weiß nicht, bin ich halt später am Start. Also, ich hab Bock, das Spiel nochmal zu spielen, in, äh, einer verbesserten Variante. Äh, da geb ich auch gerne nochmal viel Geld aus, weil ich hab mein Spiel barock gekauft und es hat auch nochmal echt gut Geld gekostet, also will ich was nicht. Aber ich muss sagen, es hat sich definitiv gelohnt, das nochmal nachzuholen, weil ich hab da echt ein gutes Spiel verpasst 2011, muss ich zugeben. Und, ja, wie gesagt, ein anderes Spiel, gucken wir uns auch nochmal an, von EA, gepublished und, äh, von Frisoral Games und, ja, wie gesagt, der Hint, äh, es ist kein Dead Space. Vielleicht könnt ihr es ja schon erahnen, was als nächstes dann noch kommt als Reto-Spiel und dann würde ich sagen, ich hab erstmal alles gesagt, was ich für Gedanken hatte und dann, äh, bedanke ich mich schon mal recht herzlich beim Zusehen von dieser Episode und, äh, wünsche euch noch alles Liebe und, äh, ja, einen guten Spaß. Macht es gut, wir sehen uns bei einem anderen Let's Play, bis dann, bis. Bis dann, bis dann, bis dann. Bis dann, bis dann.